Bauer ist ein Schuss Hahahaha Ja Patrick lässt grüßen man Hahahaha Let's rock Coole Kids liken Lehnt euch einfach zurück und schaut das Video bis zum Ende Denn wenn nicht werde ich euch finden Ich bin Gangster Teddy Ich bin Gangster Teddy Ja man Gänze die sind immer unterwegs Hahahaha Ok wo landen wir Mhhh was ist hier mit Sieht doch voll schön aus Ja Zwei Sekunden später Lass uns da nie wieder landen Wieso sind die verletzt im Startbus Was ist denn da kaputt Da haut irgendwas nicht hin Wo gehen wir jetzt hin Ok wir gehen Hier hin Zwei Jahre später Die haben zwei Jahre im Battle Royale überlebt Wie haben die das denn gemacht Mein Gott hier ist ja gar nichts Komm schon ich will welche töten Guck Ich will welche töten Eine Stadt Ok dass jetzt auf Waffen schildern und sowas gucken Ja wir treffen uns in zwei Minuten Hi Hey hast du ein paar Waffen gefunden Nö aber ich hab was besseres Was die Was kann denn besser sein Zigaretten Warum Die brauchst du in Fortnite unbedingt damit gewinnst du auf jeden Fall jedes Battle Ich hab einen Plan Hör mir gut zu Erstens wir verteilen diese Packung Dann verstecken wir uns Irgendwann kommen die Gegner und finden die Packung Und weil die uns suchen und nicht finden Langweilen die sich Dann fangen die irgendwann an zu rauchen Und so in 40 bis 60 Jahren sterben die an Lungenkrebs Voll dumm alter Wartest du 40 bis 60 Jahre auf deinen Sieg Oh und wir gewinnen Oh nein Das ist die dummste Idee die ich je gehört hab Wir werden beschossen Bauer zum Schutz Bauer zum Schutz Hahaha Patrick lässt grüßen man Bauer zum Schutz Hahaha Ich glaube sie laden nach Ich werd sie jetzt bekommen Gib mir Rückendeckung Ich hab keine Waffen Shit Oh oh Sind sie noch da Nee Warte Hoho Was Ah Scheiße Junge wer sich tot explodiert ist doch tot Ok Helmut Sie haben sich selbst umgetötet man Wir gehen diesmal in eine kleine Stadt Und suchen direkt nach Waffen Ich sag dir mit meinem Plan hätten wir gewonnen Keine weiteren Pläne Bitte Auf jeden Fall Man hat ja gesehen wie der Plan gewirkt hat Ah er hat mal ne Waffe Oh oh Ich seh da ein paar Gegner Da drüben Wo Da drüben Da drüben wo Da drüben neben dem Baum Neben dem Baum Nur gut dass da nur ein Baum ist Warum Wir sind umgeben von Bäumen Du musst mal ein bisschen genauer sein Oh ok dann schau ich mal Es ist groß und hat ganz viele Blätter Ja Ah ok Das ist schonmal kein Nadelbaum Kann ich sagen Und hat Wurzeln im Boden Ja das ist er Das ist jeder Baum Psss Die können uns hören Hey ich seh sie Was machen die da Ja Oh Kackboots Die haben uns nicht mal gesehen Ach Und nu Haha Jetzt sind wir auch Jetzt sind die Eingruckswagen Alter Warte ich hab ne Idee Oh Kommt schon mein süßer Donut Wir sind gleich da Das wird sooo geil Weißt du das könnte Beste Idee ever man Viel einfacher sein wenn du einfach mal aussteigen würdest und mir hilfst Hm nein Das sagt er dir natürlich erst wenn sie schon fast ganz oben sind Perfekt Nein danke Wieso bist du so schwer Nennst du mich fett Alter Helmut chill mal ich will ja nur sagen das fühlt sich so an als ob der Wagen voller Steine wär Oh Eigentlich könnte der Kanal glatt äh äh Helmut heißen Helmut Universe Ja äh ich hab meine 100 Lieblingssteine dabei Komm wir sind gleich da Voll dumm Das lässt doch schon mal an Spongebob grüßen Wo sie das Hotel aufmachen und Tateos die ganze Steine von Patrick nach oben schleppen muss Er wusste es ja vorher nicht Ja Wir haben es geschafft Ich fand das jetzt nicht so anstrengend Schafft Oh scheiße Hahaha Oh oh Yeah Haha der freut sich trotzdem Oh Scheiße Der ist tot Oh mein Gott das hat ja Ja hab einfach Pflatten auf den Kopf alter Voll Spaß gemacht Lass nochmal Wir werden das nicht nochmal machen Können wir wenigstens einmal versuchen zu gewinnen Also eindeutig Helmut bin ich in Fortnite eindeutig Oh 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 Wieso haben Die schon alle Waffen die sind grad gelanden und haben schon alle knaben dabei Die haben null Chance, Mann. Das ist geil, Alter. Ja, ist klar, die stecken im Lama-Trend. Sag mal, gibt es die Lamas überhaupt bei Fortnite noch? Ich habe nämlich heute 1000 V-Bucks bekommen. Irgendwas für die Lamas, die es nicht mehr gibt oder so, stand da. Das ist so dumm. Das erinnert mich an Soundbuck, an die Folge, wo sie es mit Kindern treiben wollen. Der Männer-Buben-Liebhaber-Club. Männer-Buben-Liebhaber-Vereinigung oder so haben die sich genannt. Hey, ich habe hier ein Schild für dich. Was ist das? Das ist ein Schild. Trink das. Ich habe schon... Wer soll das zum ersten Mal sehen? Wer soll das glauben, dass das ein Schild ist, Mann? Für mich wäre das eine blaue Flüssigkeit, die Sachen mit mir anstellt. Ich habe mal Schilde gesehen. Oh, und das ist kein Schild. Trink es einfach. Das ist wie extra Leben. Aber das ist blau. Ja, und? Blaus Wasser ist es auch blau. Ich weiß nicht. Das sieht nicht gesund aus. Helmut, trink es einfach. Wie schmeckt das? Okay, scheiß drauf. Man kennt das, wenn man Medizin zum ersten Mal trinken soll. Wie schmeckt das? Gib mir das, ich trink das. Schmeckt es nach Minze? Okay, scheiß drauf. Also dieser Mister schmeckt nach Pisse. Aber guck, ich habe mehr Leben, weil ich das getrunken habe. Hm, okay. Nein, wenn es das wert ist. Ich trinke es. Warte mal, woher weißt du, wie Pisse schmeckt? Äh. Ja, hä? Eine sehr gute Frage. Oh, oh, jetzt wird es aber ernst. Jetzt wird es ganz ernst. Oh, oh. Oh, nee, schon wieder. Ja, bleib erst mal stehen und sag nicht schon wieder, statt wegzurennen. Ja, die Situation kennt man. Hahaha, oh. Guck, ich habe noch überlebt, weil ich das Schild hatte. Stimmt. Du hast keine Zeit mehr, mich wieder zu beleben. Du musst mich zurücklassen. Er hätte noch voll die Zeit gehabt, Alter. Mann, wer früh stirbt, ist bei Zeiten tot. Okay, bye. Warte, ich möchte noch meine letzte Rede halten. Ja, okay. Ja, klar, hat keine Zeit mehr. Aber Zeit für eine Rede. Hahaha. Oh. Ich, äh, ich sterbe. Hahaha. Ich bin noch so jung. Die Rede fängt schon geil an. Ich wollte noch eine Familie gründen. Let's Player werden. Meine Steinsammlung vervollständigen. Und ich wollte ein Autogramm von APK. Ah, ja? Verurteile mich nicht. Ich liege im Sterben. Ja. Okay, hör auf, hier überzureagieren. Wir sind gleich eh wieder in der neuen Runde. Ja. Kannst du was für mich tun, bevor ich sterbe? Was? Kannst du für mich etwas singen? Pfff. Gucci Gang, das hat meine Mutter mir früher immer vorgesungen. Das sind so schöne Erinnerungen. Okay, ich singe jetzt nicht Gucci Gang. Also Sterben ist anscheinend nicht langweilig oder so. Bitte? Das ist mein letzter Wunsch. Ich werde doch gleich wegen dem Sturm auch sterben. Hier wird doch eh nur einer überleben. Du bist ein Scheißfreund. Oh Mann. Der lebt doch nicht gleich mit dem... Gucci Gang, 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 Gucci Gang. Sehr interessantes Lied, Mann. Wie kann man dabei glücklich sterben? Gucci Gang, 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 Gucci Gang. Endo. Hallo, ich bin's, Gangster. Endo. Einfach so, Ento. Mit dem Lied beenden. Na, das ist ja geil. Bis zum nächsten Mal.